Und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Part von Gisiedler 7. Ja, das nächste Level ist Kaufmannslehrling, die Beschreibung dazu ist Winterlin. Die Reise hat euch ans Ufer des Meeres geführt. Ein geschäftiger Hafen eröffnet das Tor zur Welt mit für Winterlin einträglichen Handelsrouten. Doch leider hegt Raspun bereits Eroberungspläne. Ja, dann starten wir und wir kämpfen anscheinend immer noch gegen Raspun. Während Zoe noch über eine Reaktion von Bischof Matthäus nachdachte, heckte Raspun schon neue Pläne aus. Ja, wir spielen gegen Raspun, müssen durch die Questliste mal wieder siegen. Und der Ladebildschirm dauert zu lang. Die Küste Tandriens Raspuns Schloss Ihr habt euch schon einmal in meine Angelegenheiten eingemischt. Dieses Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Doch, ich werde genauso viel Glück haben und zwar noch mehr als vorher. Und das hier ist Winterlin. Und das Ganze spielt sich nachts anscheinend. Jetzt geht's bestimmt wieder zum hinkenden Ewa. Und genau, dieselbe Taverne wie immer. Raspun blockiert eine wichtige Handelsstraße und drängt darauf, die Gegend um Winterlin mitsamt des Hafens zu besetzen. Sollte er Erfolg haben, könnte er für uns unbesiegbar werden. Raspun scheint mir ein kluger Stratege zu sein. Er weiß ganz genau, wie er vorgehen muss. Nicht wahr? Er hat eine militärische Ausbildung. Bitte spart euch die Bewunderung. Er war ein Soldat? Mehr als das. Er diente als General unter König Balderus. Als General? Warum ging er zum Drachenorden? Es gab Differenzen mit seinem König. Worüber denn? Wie Tandrien zu regieren sei. Milady, dieses Dorf, bezieht zahlreiche Güter über einen mächtigen Handelsposten. Seht, dieser Hafen befindet sich hier ganz in der Nähe. Doch Raspun und seine Anhänger haben ihr Lager aufgeschlagen und blockieren nun die Handelsstraße. Die Siedler sind von der Versorgung abgeschnitten und benötigen unsere Hilfe. Befreit den Weg zum Hafen. Okay, dann lasst uns mal den Weg zum Hafen befrauen. Prinzessin, versammelt eure tapfersten Männer und bereitet Raspuns Blockade ein Ende. Okay, okay. Er halte dem Hinterkopf, dass Raspuns Außenposten durch eine Palisade gut verteidigt ist. Da dieses Dorf sehr lange vom Handelshafen abgeschnitten war, sind nur noch geringe Steinmengen vorrätig. Achtet also stets auf eure Vorräte. Ihr werdet Steine im Hafen erwerben können, sobald der Weg dorthin wieder frei ist. Genau, also. Mangel an Rohstoffen. Ihr beginnt mit einer begrenzten Anzahl Steinen in euren Lagerhäusern. Wobei keine weiteren Steine in diesem Sektor vorhanden sind. Sucht nach Möglichkeiten, euch Steine zu beschaffen. Abreißen. Wollt ihr ein Gebäude abreißen, wählt es aus und klickt auf die Abrissschaltfläche. Dadurch erhaltet ihr Bauland und ein paar Baumaterialien zurück. Das will ich aber nicht. Getreidescheune, Getreidescheune, Getreidescheune. Dann machen wir hier noch eine Getreidescheune und hier eine Mühle. Eine Bäckerei ist schon da. Wir haben einen neuen Sektor bald erobert. Was ist hier? Gold, Stein und Kohle. Ja, perfekt. Das ist doch wunderbar. Dann machen wir hier gleich. Na los, erober mal schneller. Na los. Na los, erober mal schneller. Eine Münzprägerei haben wir schon. Eine Metzgerei haben wir schon. Eine Bäckerei haben wir schon. Eine Brauerei wollen wir noch. Prestigeobjekte. Wie schaut es damit aus? Okay. Hm. Würde ich sagen... Ne. Grund bauen wir noch nicht. Das erste, was wir jetzt bauen, ist sofort ein Steinmetz. Und zwar hier das Lagerhaus. Machen wir noch einen Steinmetz und Gold. Dann hauen wir hier noch eine Berghütte hin. Machen wir dreimal Gold. Gold. Gold und Gold. Goldweg so. Nein. So. M, 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 M. Kohle. Kohle. Und Kohle. Hm. Jetzt bauen wir hier hinten noch Fischer. Zwei Stück hin. Oh, wir sind ja aufgestiegen. Ja, dann machen wir gleich Haupt- und Spezialgebäude. Können wir was weiteres freischalten? Nein, alles gesperrt. Okay, dann bauen wir gleich die Kirche. Und die Brauerei natürlich. Ach, da haben wir schon eine. Okay. Ich würde sagen, auch noch eine Bäckerei. Und das nicht. Eine Brauerei reicht erst mal. Technologie, wie schaut's da aus? Hier gibt's wieder drei Sachen. Wieder dieselben wie vom letzten Mal. Zehn Soldaten haben die. Wow. Okay, sorry, ich hab jetzt ein bisschen geschrien, aber... Zehn Soldaten. Das ist etwas übertrieben. Und hier sind Steintürme. Na, wundervoll. Das wird ja ein Spaß. Aber hier sind noch Holztürme. Und diesmal nur ein Turm, denn wir besiegen dann diesen Turm und dann laufen die so zum General. Ohne diesen Turm irgendwie zu beeinträchtigen oder den hier. Das ist natürlich gut. Kloster der Wissenschaft. Wo ist der Handelsposten? Hier. Dann lernen wir auch das letzte kennen. Und zwar Handel. Das ist auch wirklich cool eigentlich. Und ja. Könnte ich noch was hier hinbauen, was ich gerade brauch? Sägemülle, Sägemülle, Holzfäller, Holzfäller, Holzfäller. Jäger. Eigentlich passt das. Ja, das passt eigentlich. Halt noch die Kirche aufbauen. Erstmal aber hier schön die ganzen Kohlebergwerke und alles. Das ist erstmal wichtiger. Oh, es gibt nur noch acht Stein. Ohne Stein wird's schon schwer. Oh, 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 Bevölkerung. Verdammt. Ja, das kostet uns alles Stein. Mann, Mann, Mann. Komm, baut die Kirche jetzt. Wir schauen uns mal die Sektoren an. Kein Stein. Kein Stein. Im nächsten Sektor ist Stein. Und danach auch nochmal. Hier, 30 Steine. Okay. Den Sektor sollten wir so schnell wie möglich erobern. Was ist da? Es fehlt an Wohnraum. Ja, ja. Das machen wir doch gerade eben. Ja, gut. Die Kirche wird schon mal gebaut. Das ist gut. Wie viel Stein haben wir noch? Ach, elf Steine. Ja, okay. Dann bauen wir hier. Wie viel noch ab? Sechs Stein. Das wird schon reichen, um ein paar Häuser zu bauen. Dann machen wir gleich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Novizen. Und zwar hier drei, hier drei und hier vier. Sind insgesamt zehn. Wir wollen natürlich hier wieder alles erforschen. Und dann bauen wir gleich noch ein Haus. Ich finde irgendwie, die kleinen Häuser lohnen sich mehr. Kosten nur ein Stein. Ein Stein. Hahaha. Lustig. Alle haben gelacht. So, jetzt ist hier alles voller Häuser. Was wird im Moment so gemacht? Provizen, Musketiere und vier Häuser. Okay. Perfekt. Auf dem Sektor arbeiten jetzt alle. Das ist sehr schön. Das Stein vorkommen kann ich auch gleich vergessen. Was ist da? Ach, zum Jagen nur etwas. Mann, ich hasse Rohstoffknappheit. Oder Mangel an Ressourcen, sag ich mal. Zehn Soldaten. Jetzt würde mich interessieren, ob das alles nur Pägeniere sind. Oder nicht. Was ist hier so in diesem Sektor? Gar nichts. Einfach nur dicke Türme. Und im letzten ist... Eine richtige Mauer. Und auch kein General. Okay. Hier sind aber 40 Steine. Mann. Du bist ein glücklicher. So ein Glück möchte ich auch gerne haben. Im Bau... Punkt, Punkt, Punkt. Der Wohnhaus. Ach, meine Novizen werden ja schon ausgebildet. So und so schicke ich schon mal los. Wenn die dann weg sind, habe ich wieder mehr Bevölkerung frei. Das ist auch gut. Ein Haus muss noch gebaut werden. Und wir bauen... Hier noch voll. Und hier bauen wir auch noch einzeln, damit es schön ausschaut. Schön geht nicht. So. Dö, 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 düm, 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 düm. Logistik. Ein Novize. Zwei Musketiere, okay. Okay, drei Wohnhäuser. Erforscht doch mal schneller. Schneller, schneller, schneller. Und die Steinleute haben nichts mehr zu arbeiten. Du kommst weg. Und du, ja hier ist echt kein Stein mehr, oder? Wird das jetzt auch angezeigt, dass hier kein Stein mehr ist? Ja, das wird angezeigt. Das heißt, Steinmetz kommt weg. Dann kommt hier Kohle ran.